Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Mini-Weihnachts-Vlog. Eigentlich will ich euch nur frohe Weihnachten wünschen. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr könnt die Zeit mit eurer Familie genießen. Ihr könnt ein bisschen entspannen, könnt ein bisschen runterkommen. Habt einfach eine ruhige, gute Zeit. Vielleicht gibt es auch ein paar schöne Geschenke. Vielleicht könnt ihr ein paar schöne Geschenke verschenken. Ich verabschiede mich quasi auch ein bisschen in mehr oder weniger Weihnachtsurlaub. Auch wenn es die ganze Zeit jetzt ein bisschen still war, habe ich hinter den Kulissen quasi ein bisschen was gemacht. Das werdet ihr hoffentlich bald sehen. Ja, mal sehen. Vielleicht kommt zwischen den Jahren etwas. Vielleicht kommen da so ein paar kleine Videos, vielleicht irgendwas anderes. So Waffenspotlights oder sowas. Vielleicht kommt leider auch nichts. Das muss ich noch schauen. Es ist gerade ein bisschen ungewiss. Auf jeden Fall geht es nächstes Jahr wieder weiter mit Videos. Und ja, streamen werde ich bestimmt mal zwischen den Jahren. Auf YouTube wird es vielleicht halt ruhiger, aber ich möchte mir einfach quasi jetzt bewusst eine Pause gönnen. Ich habe vorher jetzt viel gemacht, hatte viel Stress, deswegen kam nichts auf YouTube. Und ja, ich wünsche euch das einfach auch, dass ihr euch mal eine Pause gönnt, dass ihr einfach runterkommen könnt, dass ihr einfach wirklich mal entspannen könnt und dass ihr einfach ganz, ja, ganz ruhig und besinnlich Weihnachten feiern könnt und einfach auch das Essen genießen könnt. Zumindest werde ich das. Und damit verabschiede ich mich vielleicht von YouTube für dieses Jahr. Vielleicht kommt noch was. Müssen wir mal schauen. Vielleicht kommt noch mal ein Video vor Ende des Jahres. Aber das war es erstmal mit Weihnachten. Also, jetzt fängt Weihnachten an, ne? Und genau. Ich wünsche euch einmal ein frohes Fest und ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Bis dahin. Bis dahin.